Wer Angst hat zu scheitern, der muss auf einen anderen Planeten. Lieber ein Knick in der Karriere als im Rückgrat. Es gibt Tage, da bin ich so unversöhnt. Da hätte ich mir am liebsten die Menschen abgewöhnt. Ich freue mich, dass Armin uns Musikern immer Platz gibt. Wir bilden einen Kosmos und dieser Kosmos wird gespeist von Klängen, von Worten, von Stimmungen. Hau rein, Junge! So was kannst du natürlich nur wirklich mit allerersten Leuten machen. Manchmal träumte er, er könnte fliegen durch die Himmelssacht. Und er flöge wie ein Falke durch den Tag und durch die Nacht. Eines Tages konnte er es wirklich. Und er flog hoch auf der Stadt und er segelt wie ein Falke durch den Tag und durch die Nacht. Alle Welt stiert in den Himmel und die Staatsmacht sagt, vorbei! Keiner darf wie ein Vogel fliegen, der im Pass ein Mensch noch sei. Heute fliegt er hinter Wolken, denn ihn sucht die Polizei. Gestern war der Mond kurz dunkel. Da flog wohl der Mann vorbei. Dann und wann gibt es einen Mann, der wie ein Vogel fliegen kann. Hoch über dem Regenbogen ist er davon geflogen. Alles was mich berührt und bewegt, will entweder Wort oder Bild werden. Und immer mehr Bild. Ich nenne das Fliegen. Keiner guckt über die Schulter und sagt, so nicht. In der Malerei sind nur sie und das Bild und nichts anderes. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich wünsche Ihnen allen einen friedlichen Nachhauseweg und irgendwann kommen wir mal wieder. Danke.